Es ist soweit. Künstliche Intelligenz, KI besiegt den Menschen und das in immer mehr Bereichen. Es ist schon ein wenig beängstigend. Elon Musk und Stephen Hawking hatten ja vorausgesagt, dass uns KI extrem gefährlich werden kann. Wo uns KI bereits heute überlegen ist, jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen und vielen Dank für den Themenvorschlag über WhatsApp. Und jetzt erstmal eine kleine Sensation. Vor 10 Jahren, Ende September 2008, haben wir Clixoom gestartet. Und heute starten wir wieder Clixoom auf Englisch. Ab sofort gibt es einen zweiten Kanal mit den besten und aktuellen Science & Fiction Videos auf Englisch. Wer also lieber englische Videos sieht oder Englisch lernen will, das geht ab sofort auf Clixoom Science & Fiction auf Englisch. Ihr gelangt hier über die Infocard zum Kanal. Das erste Video ist bereits veröffentlicht. Und heute Abend um 18 Uhr kommt ein Video, das es noch nicht auf dem deutschen Kanal gibt. Also direkt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Erst kürzlich. Im Juli 2018 hat Google verkündet, dass die von dem Unternehmen entwickelte Künstliche Intelligenz menschliche Spieler in einem Ego-Shooter-Game besiegt. Und das sehr zuverlässig. Doch das ist nicht der einzige Bereich unseres Lebens, in dem neuronale Netze uns Menschen mittlerweile überlegen sind. Künstliche Intelligenz zum Beispiel, die ein falsches von einem echten Lächeln unterscheiden kann. Oder aber eine KI, die uns Menschen demnächst von allen möglichen Krankheiten halt. 1 zu 0 für die KI zocken und dabei Teamplayer sein. Googles KI heißt For The Win FTW und bringt uns in Sachen Gaming echt zum Staunen. Die Software kann mit Menschen, aber auch mit anderen Maschinen zusammenarbeiten und sich auf bestimmte Spielweisen einstellen und eben auch gewinnen. Konkret geht es um den Modus Capture The Flag des Shooter-Games Quake 3 Arena, bei dem die Fahne des Gegners zur eigenen Basis gebracht werden muss. Diesen Erfolg von FTW hat jetzt das Entwicklerteam verkündet. Etwa 450.000 simulierte Partien hat die KI gespielt und so dazugelernt, Stichwort Deep Learning. Sowohl was das Teamwork als auch die Spielmechanik angeht. Und das Game ist tatsächlich nur ein wenig abgeändert vom Original. Die Grafik ist etwas simpler gestaltet und statt echten Modellen gibt es beispielsweise Kugeln. Dann ist die KI in einem Turnier gegen 40 Spieler angetreten. In einem Team aus ausschließlich maschinellen Spielern hat sie jedes Spiel gegen Menschen gewonnen. Jedes Spiel. Und auch ihre Quote gegen ein gemischtes Team, also aus Mensch und Maschine, war mit 95% mehr als beachtlich. Überrascht waren die Entwickler von FTW, dass sie selbst Taktiken angewandt hatte, die auch echte Gamer, also Menschen nutzen. Wie beispielsweise Ablenkungsmanöver oder das Verteidigen der eigenen Basis. Andere Forschungsteams sind gerade dabei, Computern das Pokern beizubringen. Und tatsächlich sind einige Programme auch schon in der Lage zu bluffen. 2 zu 0 für die KI – menschliche Emotionen erkennen. Egal ob Überraschung, Trauer, Ekel, Wut oder Freude – all diese Gefühlsregungen kann das Deep-Learning-System der amerikanischen Firma effektiver korrekt zuordnen und deuten. Dazu hatten ihm seine Entwickler und Entwicklerinnen Videos von Menschen in 75 Ländern vorgespielt, die genau diese Emotionen zeigen und sich weltweit gleich in den Gesichtern spiegeln. Egal woher die Menschen kommen, wie alt sie sind oder welches Geschlecht sie haben, die so entwickelte KI ist mittlerweile schneller und auch genauer als die meisten Menschen. Sie kann sogar ein echtes von einem falschen Lächeln unterscheiden. Das Talent der KI soll demnächst übrigens auch im Straßenverkehr eingesetzt werden. Das System hat dann die Aufgabe, den Autofahrer oder die Autofahrerin vor der Fahrt abzuchecken, ob das emotionale Gleichgewicht überhaupt zum Autofahren geeignet ist. Denn wer wütend oder aufgeregt ist, wird schneller zum Risiko im Straßenverkehr. Die Mimik des Fahrers oder der Fahrerin soll über eine Kamera analysiert werden. Auch wenn sie oder er zu viel getrunken hat, vor Freude aus dem Häuschen isst oder aber immer wieder das Smartphone am Steuer benutzt, dann wird das von der KI offengelegt. 3 zu 0 für die KI Arzt spielen und Krankheiten diagnostizieren. Darüber haben wir hier ja schon öfter berichtet. Deep Learning kann Ärzteteams sehr effektiv unterstützen. Beispielsweise können die Algorithmen lernen, gesunde Zellen von Krebszellen zu unterscheiden, indem sie nach verdächtigen Merkmalen suchen. Zudem kann die KI aber auch nach Wirkstoffen und Medikamenten Cocktails suchen, die individuell für jeden Patienten und jede Patientin am passendsten sind. Dazu ein paar konkrete Beispiele. Google möchte beispielsweise mit Hilfe von Software Depressionen heilen und Herzinfarkte mit Hilfe künstlicher Nanopartikel voraussagen. Das Projekt heißt Hannover. Die Idee dahinter, Computer sollen sich zunächst einmal das komplette medizinische Wissen aneignen. Heißt also Studien lesen und verstehen. Millionen von Artikeln sind verfügbar und täglich kommen neue Erkenntnisse hinzu. Wie soll da ein Mensch mitkommen? Das ist einfach unmöglich. Aber kein großes Problem für Maschinen. Sie sollen Ärzteteams in Zukunft dann dabei unterstützen, personalisierte Behandlungsmethoden zu finden. IBM hat eine KI entwickelt, die die DNA-Sequenzierung eines Gehirntumors schneller und zuverlässiger analysiert hat, als das gesamte Team der menschlichen Experten und Expertinnen. 4 zu 0 für die KI – juristische Klauseln analysieren. Bei der Studie der KI-Plattform LawGeeks ging es um die Analyse der Geheimhaltungsverträge großer Firmen. 25 Top-Anwälte traten gegen den Algorithmus an und die KI gewann haushoch. Das Ziel war es, 5 Verträge innerhalb von 4 Stunden zu analysieren und 30 rechtliche Probleme zu identifizieren. Die KI hat für 5 Verträge nur rund 25 Sekunden gebraucht. Die Anwälte benötigten durchschnittlich 92 Minuten. Zudem war die Arbeit der KI noch sorgfältiger als die der menschlichen Anwälte. Ihre Genauigkeit lag bei 94 Prozent, die ihrer menschlichen Konkurrenz bei 85 Prozent. Bei einem Vertrag kam der Beste der Anwälte auf 97 Prozent, aber auch hier war die KI besser. Sie erlangte eine hundertprozentige Genauigkeit. 5 zu 0 für die KI – Wartung von Maschinen. Ja, den letzten Punkt, den gibt es im Duell Mensch gegen künstliche Intelligenz bei der Wartung von Maschinen. Auch hier geht es um die Analyse einer gigantischen Datenflut, die neuronale Netze deutlich schneller und zuverlässiger analysieren können, als wir Menschen Windturbinen beispielsweise produzieren. Pro Tag hunderte Gigabyte Daten und die KI lernt, diese zu interpretieren. Also bei Windrädern ist das der Fall, die gehen ja immer wieder kaputt und die ständig zu analysieren, das kann KI am besten. Gibt es nämlich eine ungewöhnliche Schwingung oder muss in der nächsten Zeit eine Wartung durchgeführt werden? So können mögliche Beschädigungen schon Wochen vorausgesehen werden und es kommt zu weniger oder im besten Fall so gar keinem Ausfall der Turbinen mehr. Eine Leistung, die Menschen einfach nicht erbringen können. Und jetzt brauche ich Eure Unterstützung. Lasst uns den englischen Kanal so richtig pushen. Klickt also hier drauf, abonniert, liked, kommentiert und haut ordentlich auf die Glocke. Erzählt Euren englischsprachigen Science-Freunden von uns, Austauschschülern oder allen, die ihr englisches Vokabular ein bisschen verbessern wollen. Teilt das Ganze bis der Arzt kommt und wir sehen uns um 18 Uhr dort auf dem Kanal für ein brandneues Video, das es im Deutschen noch nicht gab. Und hier geht es weiter mit dem ersten englischen Video. Also unbedingt draufklicken. What does dying feel like? Stay tuned. See you soon.